Was ist denn jetzt wirklich die bessere Wahl? APS-C oder doch eine Vollformat-Kamera? Und wie unterscheiden sich die Bilder eigentlich in der Praxis? Die Frage nach dem, was ist die bessere Kamera, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und wenn das so wäre, dann wäre das Video hier auch ziemlich kurz. Jeder, der darauf versucht, eine A oder B, also diese oder jene Kamera Antwort zu geben, der pauschalisiert und Pauschalisierungen sind im Zweifelsfall immer falsch. Das Problem an der Geschichte ist, die Frage ist schon falsch gestellt. Die richtige Frage müsste lauten, was ist für dich die bessere Kamera? Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Aber bevor wir jetzt zu tief in die Technik einsteigen, lass uns noch kurz über zwei grundsätzliche Unterschiede dieser beiden Systeme sprechen. Zum einen wäre das Größe und Gewicht. Auch wenn das in diesem Foto hier nicht wirklich klar hervorgeht, da haben wir zum einen auf der APS-C-Seite die Fuji X-T4 und auf der Vollformat-Seite die Sony A7 IV. Der Grund, warum der Unterschied hier nicht so hoch ist, ist, dass wir es auf der APS-C-Seite mit einem Flaggschiff zu tun haben, auch wenn die X-T4 jetzt eine Generation hinterherhinkt. Und auf der Vollformat-Seite haben wir es eher mit einer Mittelflasse-Kamera zu tun. Wenn wir jetzt hier die Fuji X-S10 und die Sony A7 IV gegenüberstellen, dann wird der Unterschied schon deutlicher. Und das ist auch das, was man jetzt üblicherweise erwarten würde zwischen diesen beiden Systemen. Größe und Gewicht ist dabei nur ein Faktor. Und genau der zieht sich wie ein roter Faden durch alle Objektive durch. Insbesondere bei lichtstarken Objektiven wird man sehen, dass die Vollformat-Variante doch schon einiges größer und schwerer ist, als das bei der APS-C-Kamera der Fall ist. Und wenn man da den Rucksack packt, dann summiert sich das schon ganz schön zusammen. Der zweite Punkt, und das ist wahrscheinlich keine Überraschung, ist der Preis. Und auch da fängt es beim Kameragehäuse an und zieht sich durch alle Objektive durch. Auf die gesamte Ausstattung also kann da ein ganz nettes Sümmchen an Differenz zusammenkommen. Dann werden wir langsam mal etwas technischer und werfen mal einen Blick auf die Sensoren. Und hier wird der Unterschied relativ schnell erkennbar. Während wir bei APS-C 23,6 x 15,6 mm haben, das ist jetzt bei Fuji der Fall, andere Hersteller können da leicht von abweichen, haben wir bei Vollformat eine Fläche von 36 x 24 mm. Berechnet man jetzt die Fläche, kommen wir auf 368,16 mm² beim APS-C-Sensor und 864 mm² beim Vollformat-Sensor. Das bedeutet, der Vollformat-Sensor hat 2,35 mal mehr Fläche als ein APS-C-Sensor. Technisch bedeutet das, dass der Hersteller bei dem größeren Sensor einfach andere oder mehr Möglichkeiten hat. Entweder mehr Pixel auf den Sensor zu bringen, wie bei der Sony A7R IV beispielsweise, die hat 61 oder 62 Megapixel, weiß ich gar nicht genau, also auf jeden Fall eine sehr hohe Auflösung und dadurch eben sehr hohe Schärfe und sehr hohe Detailauflösung. Oder aber es werden größere Pixel verbaut, wie bei der Sony A7S III beispielsweise. Die hat trotz Vollformat-Sensor nur 12,1 Megapixel. Und dadurch wird erreicht, dass in Schwachlicht-Situationen einfach eine hohe Bilddynamik und ein gutes, also wenig Bildrauschen erzeugt wird. Und aus dem Grunde ist sie bei Videografen auch sehr beliebt, diese Kamera. Die Auflösung reicht für 4K-Aufnahmen aus. Und selbst bei hohen ISO-Werten gibt es ein geringeres Bildrauschen. Ein Vollformat-Sensor hat durch seine größere Fläche also ein paar Möglichkeiten, diese halt entsprechend zu nutzen. Entweder durch größere Pixel mit höherer Bilddynamik und besserem Rauschverhalten oder in mehr Pixel mit einer besseren Schärfe und besserer Detailschärfe. Wobei ich das Thema Schärfe hier gar nicht weiter im Detail besprechen möchte, das macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Weil auch wenn ich jetzt mal einen Test gelesen habe, in dem halt genau auch der Punkt Schärfe verglichen wird, zwischen einem Vollformat-Sensor und einem APS-C-Sensor, da muss man aber bedenken, dass bei so einem Test ja nicht nur zwei unterschiedliche Sensoren miteinander verglichen werden, sondern auch zwei unterschiedliche Kamerasysteme, in denen diese Sensoren drin stecken. Und an diesem Kamerasystem wiederum stecken zwei unterschiedliche Objektive dran. Und es sind gerade die Objektive, die das Thema Schärfe und insbesondere Randschärfe zu beeinflussen haben. Und deswegen ist das Ergebnis runtergebrochen auf den Sensor eigentlich Humbug. Grundsätzlich kann man sagen, wenn ich zwei ansonsten identische Systeme habe und eins davon hat eine hohe Pixelanzahl und das andere hat eine niedrige Pixelanzahl, dann wird die Schärfe bei dem System mit einer höheren Pixelanzahl eben besser sein. Überraschung. Kommen wir jetzt mal zu einem Unterschied in der optischen Darstellung. Ein Vollformat-Sensor kann bei gleicher Brennweiteneinstellung einen größeren Bildausschnitt, also mehr Bildinhalte darstellen. Hier mal ein Vergleich zwischen einem Vollformat und einem APS-C-Bild, beide mit 35 mm Brennweite geschossen. Bei weitwinkeligen Aufnahmen ist das ein Vorteil für eine Vollformat-Kamera. Bei Aufnahmen, wo ich mit Telezoom arbeite, also wo ich weit entfernte Motive möglichst nah heranholen möchte, kehrt sich dieser Vorteil dann zugunsten des APS-C-Systems um. Der Crop-Faktor von 1,5 beschreibt den Wert, den ein APS-C-System in das Bild eines Vollformats reinkroppt, also reinzoomt. Um den gleichen Bildausschnitt zu erreichen, den ich mit Vollformat und einem 35 mm Objektiv schießen würde, müsste ich ein 23 mm Objektiv an einer APS-C-Kamera verwenden. Einfaches Rechenbeispiel, um mit einem 100 mm Objektiv an APS-C genauso nah an deinem Motiv heranzukommen, müsstest du an Vollformat ein 150 mm Objektiv benutzen. Oder aber ein 300 mm Objektiv an einer Vollformat-Kamera würde dir den gleichen Bildausschnitt liefern, wie ein 200 mm Objektiv an einer APS-C-Kamera. Dieses Setup wäre aber deutlich leichter und auch günstiger. Wie unterscheidet sich jetzt aber die Darstellung mal, abgesehen vom Crop-Faktor? Ich zeige dir mal ein paar Beispielbilder und du versuchst mal rauszufinden, welches mit einer APS-C und was mit einer Vollformat-Kamera geschossen wurde. Bis zum nächsten Mal. Du hast es wahrscheinlich gemerkt, abhängig vom Motiv und der Bildkomposition ist der Unterschied bestenfalls zu erraten. Wirklich zu erkennen ist er nicht. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn die Lichtverhältnisse nicht optimal sind? Oder wenn einige Bildbereiche zu hell oder zu dunkel sind? Den Vergleich zeige ich dir jetzt mal direkt im Bildbearbeitungsprogramm. Wir sind in Lightroom und ich habe mal zwei Fotos aufgenommen, jeweils mit der APS-C und mit der Vollformat-Kamera, um zu sehen, in welchen Details unterscheiden sich die beiden Aufnahmen möglicherweise doch. In dem ersten Bild, wenn wir uns das in der vollen Ansicht, in der eingepassten Ansicht ansehen, da wird man wieder keinen Unterschied erkennen. Wir wollen aber jetzt mal in den Schattenbereich hier reingehen. Hier vorne, der ist deutlich unterbelichtet. Und da wollen wir mal sehen, wie schlagen sich da die beiden Kameras. Und dafür nehmen wir mal die Tiefen und ziehen die voll hoch. Und da wird auch das Fahrrad sichtbar, was sich da abgestellt befindet. Und wir haben hier links das gleiche Bild mit der APS-C und rechts haben wir die Vollformat-Variante. Und die ziehen wir jetzt mal auch hoch. Und jetzt kann man die beiden Fotos schon schön miteinander vergleichen. Jetzt fällen zwei Sachen auf, nämlich einmal, dass wir hier links, das ist wie gesagt der APS-C-Bereich, da verlieren wir halt Details hier im Fahrrad. Das sieht alles ein bisschen soft aus. Und das Zweite, wenn wir uns jetzt hier mal die Band anschauen oder auch den Boden hier unten, haben wir hier schon relativ prominent ein Bildrauschen. Und auf der Vollformat-Seite sehen wir, dass hier Details im Fahrrad deutlich besser halten geblieben sind. Rauschen haben wir auch, aber eben nicht so stark, wie wir das auf der APS-C-Seite haben. Im zweiten Bild haben wir jetzt Bereiche, die sind sowohl überbelichtet als auch unterbelichtet. Und wir schauen mal, wie wir diese Ausschläge hier vielleicht noch korrigieren, beziehungsweise welche Bildinhalte wir noch retten können. Wir fangen mal an mit dem APS-C-Bild und schauen uns hier mal an, der Bereich, der hier ausgebrannt, das überbelichtet ist. Und dafür nehmen wir die Lichter und ziehen die mal komplett runter. Und dann sehen wir, dass wir hier noch ein paar Bereiche retten konnten und hier nur noch den kleinen Lichtpegel haben, in dem wir im Prinzip keine Details mehr haben. Das Gleiche machen wir jetzt mal mit der Vollformat-Kamera. Auch da ziehen wir die Lichter jetzt mal komplett runter. Und da haben wir ein ähnliches Bild. Ein kleiner Unterschied haben wir schon noch, dass wir in dem Bereich, der hier überbelichtet ist, tatsächlich schon noch ein paar Bereiche haben, die wir noch etwas besser rausretten konnten. Also die Dynamik ist hier schon noch etwas höher. Ist jetzt allerdings nicht wahnsinnig groß, der Unterschied. Das Gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit den Bereichen, die unterbelichtet sind. Also hier vorne mit der Kamera und dem Controller. Und auch hier schauen wir jetzt einfach mal uns die Tiefen an. Und wir ziehen mal die Tiefen komplett hoch. Und sehen uns mal an, was hier mit den Bereichen passiert. Ich hole das mal ein bisschen näher ran und gehe mal in die 200% Ansicht. Und haben dieses Bild und vergleichen das jetzt mal wieder mit dem Bild, das ist der Vollformat-Kamera. Und auch hier nehmen wir die Tiefen und ziehen die mal komplett hoch. Und wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, da sehen wir, dass wir hier etwas mehr Rauschen haben. Wie wir das im anderen Bild auch schon in der Fall hatten. Und dass wir hier Details verloren haben. Im direkten Vergleich sehen wir hier bei der Vollformat mehr Details, mehr Schärfe. Rauschen auch wieder, aber eben deutlich weniger als bei der APS-C-Variante. Ja, da haben wir jetzt mit der Lupe drauf geschaut. Und in der Praxis würde man das so vielleicht nicht machen. Aber es hilft zu verstehen und auch zu zeigen, wo die Grenzen der einzelnen Sensoren sind. Auch wenn es um eine gezielte Freistellung des Hauptmotives vom Hintergrund geht und so ein möglichst weiches Bokeh zur Geltung kommen soll, gibt es einige Unterschiede zwischen diesen beiden Sensortypen. In diesem Beispiel hier habe ich das gleiche Bild mit den beiden unterschiedlichen Systemen geschossen. Und wenn wir die mal nebeneinander stellen, dann fällt dir vielleicht auf, dass wenn du mal auf das Fahrrad oder auch auf das Fenster im Hintergrund achtest, dass die Freistellung bei der Vollformatkamera etwas intensiver ausfällt. Im zweiten Bild mit etwas entfernterem Hintergrund fällt das Ergebnis ähnlich aus. Ein Vollformatsystem hat ein etwas besseres Freistellungspotenzial im Vergleich zu einer APS-C-Kamera. Allerdings führen hier bekanntermaßen viele Wege nach oben. Und so ist es auch möglich, eine ordentliche Freistellung des Hauptmotives vom Hintergrund zu erreichen, selbst wenn man kein Objektiv hat mit einer Offenblende von 1.2 oder 1.4. Allerdings müssen die örtlichen Gegebenheiten das halt ermöglichen. Und wie das funktioniert, versuche ich dir mal an einer eigens von mir erstellten Grafik zu zeigen, die übrigens keinen Anspruch auf künstlerischen Mindeststandard hat. Los geht's! In Szenario 1 haben wir einen großen Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv und einen gleichen oder sogar nur geringeren Abstand zum Hintergrund. Und in dem Szenario wird eine Hintergrundseparierung tatsächlich nicht oder wirklich nur mit weiter Offenblende möglich sein. In Szenario 2 hingegen sieht die Situation etwas anders aus. Hier arbeiten wir mit einer kurzen Distanz zwischen Kamera und Hauptmotiv und einem möglichst großen Abstand zum Hintergrund. Und da schaffe ich es selbst mit einem wenig lichtstarken Objektiv und einer Blende von 4 oder 5.6 noch ein schönes Bouquet zu erzählen. Versuche also die Differenz zwischen A und B möglichst hoch zu halten, wobei die kleine Distanz A sein sollte und die möglichst große Distanz bei B liegen muss. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Klick auf den Daumen nach oben und natürlich das Abonnieren. Dann verpasst doch nicht mein nächstes Video und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.